Ihr habt ein geschütztes PDF bekommen und das nötige Passwort dazu, aber das ist lästig, jedes Mal das Passwort einzugeben. Ja, kann ich das Passwort nicht einfach entfernen? Oder ihr habt ein altes, eigenes PDF und ihr habt das Passwort vergessen? Kriege ich das irgendwie weg? Ja, es gibt Möglichkeiten und in dem Video zeige ich heute wie. Hallo und willkommen hier bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und wir gleiten mal wieder so ein halb bisschen in die Hacker- und Cracker-Szene ab. Nämlich heute geht es um den Passwortschutz bei PDFs. Ja und da möchte ich gleich mal einsteigen und euch sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Passwortschutz, die ich bei PDFs haben kann. Nämlich einmal das sogenannte User-Passwort. Das wird benötigt, wenn ihr eine PDF-geschützte Datei öffnen wollt. Also schon das Öffnen wird mit einem Passwort geschützt. Kurzes Beispiel. Ja, ich öffne ein PDF und schon werde ich nach dem Kennwort gefragt. Ich habe jetzt hier ein ganz simples. Wenn ich das eingebe, dann öffnet sich die Datei. So, das war Nummer eins. Nummer zwei. Es gibt auch PDFs, die könnt ihr ganz normal öffnen und lesen. Aber ihr könnt sie nicht bearbeiten, nicht drucken, noch nicht mal rauskopieren. Ja, das nennt sich dann erstellergeschützt. Also sprich, das Bearbeiten der Datei ist geschützt. Und zu bearbeiten gehört in dem Fall eben auch drucken oder kopieren. Und da habe ich auch mal ein Beispiel. Ihr seht, ich öffne das ganz normal. Das heißt, ich kann es lesen, aber jetzt will ich es drucken. Jetzt schaut mal hier oben. Das Button für Speichern und das Button für Drucken. Bei mir jetzt ganz rechts oben im Eck. Die sind ausgegraut. Funktioniert nicht. Kann ich nicht. Und auch wenn ich jetzt hier irgendwas kopieren möchte. Ich kann es mal hier markieren. Aber wenn ich jetzt hier rechte Maustaste drücke, da kommt nichts mit Kopieren, Einfügen. Ich kann auch Steuerung C. Hilft nichts. Funktioniert nicht. Aber wenn ihr es trotzdem machen wollt, ja, dann müsst ihr das Dokument erst mal entsperren und den Passwortschutz entfernen. Ja, und da gehen wir jetzt erst mal davon aus, dass ihr das Kennwort, das Passwort kennt. Also ihr habt das Passwort dafür. Und dann ist es ganz einfach. Da braucht ihr ein Tool. Und da empfehle ich euch, wie auch schon in vorangegangenen Videos, das Tool PDF24. Das Video, wo ich euch diese Tools vorstelle, dies verlinke ich euch hier gleich nochmal hier oben. Ja, und ich habe die Tools hier. Öffne die PDF24 Toolbox. Und da findet ihr auch den Punkt PDF Passwortschutz entfernen. Allerdings eben gleich vorausgesetzt, ihr wisst das Passwort. Also hier ist nichts mit Hacken und Cracken. Ja, jetzt suche ich mir die Datei, die ich entschützen möchte. Und da nehme ich jetzt mal meine Datei von vorher, die mit dem Passwort, die ich gleich zu Beginn nicht öffnen konnte. Die nehme ich und ziehe mir hier rein. So, dann habe ich die jetzt hier herinnen. Und jetzt klicke ich auf Passwort entfernen. Und jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Und mit OK bestätigen. So, und jetzt kann ich mein Passwort speichern. Das mache ich. Datei speichern. Und ich hänge mal hier hinten dran noch die zwei. Also ich speichere es in eine neue Datei. Ihr könnt auch die alte überschreiben. Und jetzt, wenn ich das Ganze hier nochmal verkleinere und wieder auf meine Datei zugreifen möchte, seht ihr hier, ist jetzt auch meine PDF Passwort Nummer 1-2. Meine gerade eben gespeicherte. Und bei der Nummer 1, da wird nach wie vor nach dem Passwort gefragt. Bei der Nummer 2, ja, kann ich es ohne Passwort öffnen. So, das ist natürlich die Variante, wenn ihr das Kennwort kennt. Auch das ist oftmals schon sehr hilfreich, weil es ist manchmal einfach nur nervig. Aber was ist, wenn ihr das Kennwort jetzt nicht mehr wisst? Da muss ich gleich mal vorweg einen wichtigen Einschub reinbringen. Und zwar das Strafgesetzbuch. Ihr dürft Passwörter knacken. Dürft ihr. Wenn es eure eigenen Dateien sind, wo ihr die Rechte dran habt. Und das auch eure Passwörter sind. Aber wenn ihr jetzt aus dem Internet irgendein PDF euch runterladet, das geschützt ist, wo ihr also keinen Zugriff drauf haben sollt. Und das wollt ihr knacken. Da begebt ihr euch eben sehr in den Bereich des Strafgesetzbuchs. Und das sagt in § 202c, wer eine Straftat vorbereitet, indem ihr Passwörter, Sicherungscode, Computerprogramme oder den Zweck herstellt, sich verschafft, verkauft, anderen überlässt, verbreitet, zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, wenn ihr sowas versucht, bitte nur mit euren eigenen, wo ihr die Rechte dran habt. Passwort vergessen, weil es mein eigenes ist. Dann kann ich das probieren. Aber alles andere, da begebt ihr euch in eine, ja, nicht mehr graue Zone, sondern schon in eine sehr dunkelschwarze, illegale. Ja, bevor ich euch jetzt aber zeige, wie das Passwortentfernen funktioniert, möchte ich euch nochmal die Gegenseite zeigen. Und zwar, wie wichtig es ist, auch richtige Passwörter zu verwenden. Und dazu findet ihr eigentlich alles, sowohl fürs Web als auch für Windows selber, in unserem Buch Vom Einsteiger zum Profi für Windows 11. Geht dazu einfach auf bildnerverlag.de. Dort könnt ihr euch auch drei Gratiskapitel sichern, die wir euch dann zuschicken. Ja, und ihr könnt das Buch auch gewinnen. Einfach einen Kommentar unter einem unserer Videos da lassen und schon seid ihr bei der wöchentlichen Gewinnspielziehung dabei. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt, dann hilft uns natürlich jedes Abo, aber natürlich umso mehr auch jedes Buch, für das ihr euch bei uns in unserem Webshop entscheidet. Vielen Dank dafür. So, aber jetzt zurück zu unserem Thema. Es gibt Webseiten, auf die könnt ihr gehen, da könnt ihr eure PDF-Datei hochladen und die entfernen dann den Passwortschutz. Oder versuchen es. Es gibt auch Programme, die das versuchen. Allerdings habe ich da noch kein kostenloses gesehen. Die billigsten in dem Bereich kosten 40, 50 Euro, die meisten eher 100 Euro und aufwärts. Also entweder viel Geld ausgeben oder meine PDF-Datei relativ unsicher ins Internet hochladen. Beides kann ich eigentlich nicht empfehlen. Ich zeige euch mal aber, wie leicht es ist, ein leichtes Passwort zu knacken. Ich gehe mal auf eine der Webseiten, die sowas anbieten. Ihr findet die übrigens bei Google, einfach PDF-Passwortschutz entfernen. Da findet ihr Dutzende solcher Webseiten und auch Links zu entsprechenden Programmen, gleich unter den ersten Ergebnissen. Also da gebe ich keine Geheimnisse preis. Und die sind auch legal, wenn ihr eure eigenen entsperrt. Wie schon gesagt. Und ich habe jetzt hier mal ein PDF mit einem leichten Kennwort. Das, was ich vorher verwendet habe. Das ziehe ich hier hin. Und das Passwort ist übrigens 123456. Ganz simpel. Und ich klicke jetzt hier auf PDF entsperren. Ich habe das Passwort nirgendwo angegeben. Und zack, das war es schon. Schon ist das Passwort geknackt. Und ich kann mir jetzt hier das entsperrte PDF herunterladen und speichern und öffnen. Ja, aber jetzt möchte ich euch im Gegensatz dazu gleich mal zeigen, ein PDF, das entsprechend einen stärkeren Kennwortschutz hat. Und zwar habe ich jetzt hier ein PDF mit einem schweren Passwort. Und ich zeige euch mal das schwere Passwort. Und zwar, das Leichte war 123456. Und das Schwere ist drunter. 16 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Alles gemischt, in keiner logischen Zusammenhang gebracht. Sowas ist ein sicheres Passwort. Und sowas solltet ihr auch eigentlich überall verwenden. Nicht nur für PDF, auch für andere Seiten. Mindestens 16 Zeichen. Und ja, schauen wir mal, wie sich dieses PDF verhält. Mit dem schweren Passwort, wenn ich das hier hochziehe. Und jetzt PDF entsperren. Ja, PDF wird entsperrt. Und jetzt warten wir eine Zeit. Und ihr werdet sehen, ihr schafft es nicht. Da kommt jetzt gleich die Meldung, dass ich mein Kennwort eingeben soll. Das ist nämlich dieselbe Funktion, die das PDF24 bietet. Ich kann nämlich das Passwort eingeben und dann kann ich es entsichern. Aber da ist er sichergestellt, dass ich das Passwort kenne. Ja, ihr seht, ihr schafft es nicht. Ich muss das Passwort eingeben. Daher ältere PDF-Dokumente oder PDF-Dokumente mit einem sehr schlechten Passwortschutz. Die schaffen solche Seiten zu knacken, auch die Programme. Allerdings, wenn ihr ein sicheres Kennwort verwendet, dann ist es fast unmöglich, dass das Kennwort geknackt wird. Ja, und denkt dran, nur eure eigenen. Ich wiederhole es zum dritten Mal. Keine Fremden. Ihr sollt die Rechte dran haben. Und habt ihr noch Fragen dazu, dann ab damit in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über jedes Like und auch jedes Abo. Und wenn ihr euch natürlich für das Thema Passwort interessiert, da hat mein Kollege Thomas ein Video gemacht, das ich euch hier mal verlinke. Ja, da erfahrt ihr, wie ihr ein sicheres Passwort generieren könnt. Ja, und wir sehen uns hoffentlich bald wieder beim nächsten Video hier auf BILDNER TV. Ich freue mich schon drauf. Ciao.